Hallo Leute, heute möchte ich euch erklären, was ein Atom ist. Manche von euch haben sicherlich den Begriff schon mal gehört, aber für die, die nicht so wirklich was damit anfangen können, denen möchte ich das heute erklären. Atome sind sozusagen die Grundbausteine unseres Universums. Atome sind die kleinsten, unzerteilbarsten Teilchen, hat man gedacht, aber man kann Atome teilen, jetzt sucht man nach einem nicht teilbaren Teilchen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist ein Atom in ganz, 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 groß, 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 groß und Modell. Also, das ist der Atomkern und das hier die Atomhülle. Die Atomhülle besteht aus einem Elektron. Der Atomkern aus Neutron und Proton. Proton und Neutron. So, dazu fragt man sich, aus was das hier besteht. Das habe ich nur angezeichnet, um zu zeigen, wo es oder wie es oft falsch dargestellt wird. Ein Atom wird oft mit einer Hülle dargestellt. Das dient nur zur Veranschaulichung, da wenn man drei Kreise zeichnet, das nicht so anschaulich ist. Aber wenn man diese Hülle zeichnet, sollte man sich fragen, aus was besteht diese Hülle eigentlich. Und da diese drei Teile die kleinsten Teile unseres Universums sind, hust aber teilbar, haben wir hier, kann es aus keinem Material bestehen. Es kann einfach nicht aus irgendeinem Material bestehen. Also existiert diese hier nicht. Sie existiert einfach nicht. Es gibt keine Atomhülle. Die Atomhülle ist das Elektron, das um den Atomkern herumschwert. Das ist natürlich sozusagen, man kann nicht wirklich sagen, wie ein Atom aussieht, aber so stellen wir uns ein Atom vor, so dass es so aussieht. So. Also. Es gibt die Protonen, die sind einmal positiv geladen, also plus geladen. Es gibt die Elektronen, die sind negativ geladen. Und die Neutronen sind neutral geladen. Es gibt immer so viele Elektronen wie Protonen. Das heißt, wir haben hier ein einfaches Wasserstoffatom, das aus einem Proton und einem Elektron und einem Neutron besteht. Also, Wasserstoff, ein Proton, ein Elektron. Neutronen bestimmen sozusagen das Gewicht. Man könnte extrem schweres Wasser machen, wenn man normales Wasser mit einem Neutronen, ich glaube, Neutronen-Dings beschießt. Also, wenn man ein bisschen Wasser mit Neutronen beschießt, dann könnte das Wasser schwerer werden. Es wäre normales Wasser, aber es wäre schwerer. Wenn jetzt aber ein Elektron zu viel da ist, oder ein Proton zu viel, in diesem Fall ein Elektron, haben wir kein Atom mehr, sondern ein Ion. Ione sind Atome mit einer bestimmten Ladung. Hier Doppelminus, Plus. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. So, mehr gibt es dazu jetzt erstmal nicht zu sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.